Adolf Hitler war am Opernball, wir erzählen's euch schon wieder. Um das gebührend zu behandeln, braucht man mindestens zwei Lieder. Der Adolf wollte in der Oper feiern von Bodyguards bewahrt. Der Portier ließ ihn fast herein, der hat sich nix dabei gedacht. Das war ein wahrer Stoiker, ein echtes Wernerkind. Und die Welt weiß, dass wir Wiener tolerante Menschen sind. Was hätte dir denn dumm sollen, bitte, und auf was hinaus? Unter all den Gästen fiel der Kröpfatz wohl nicht auf. Die Polizei hat erst nur zugesehen, aus sicherer Entfernung. Oder hotzelt er mit Hamdraht, oder ist er auf Bewährung? Schließlich stürzten sie sich auf ihn, die ganze Welt war live dabei. Adolf Hitler, sofort verhaftet, dank der Wiener Polizei. Ja, dort sind echte Demokraten, sie beschützen unser Land. Der Tyrann wurde überwältigt, erhob noch einmal seine Hand. Sie nahmen ihn gleich mit, die Polizei ist wirklich fleißig. Man fragt sich, wo waren diese Helden 1938?